Erklären Sie uns, was hat der IS-Terror mit dem Islam zu tun? Das hat schon mit dem Islam etwas zu tun. Erstmal der Name, das heißt der Islamische Staat. Diese Bewegung beruft sich auf den Islam, zitiert die Biografie des Propheten, der Art und Weise, wie der Prophet mit den Ungläubigen umgegangen war und sieht das alles Vorbild, zitiert mehrere Passagen aus dem Koran, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen. Die Enthauptung von Ungläubigen wird auch zweimal im Koran erwähnt. Es ist die Ideologie, der Traum, die IS-Leute versuchen, eine Gemeinde aufzubauen nach dem Vorbild der ersten Gemeinde des Propheten und kopiert eigentlich haargenau das, was im 7. Jahrhundert passiert ist. Eroberungskriege, Verteufelung von Andersgläubigen oder Ungläubigen und Enthauptung von Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Gibt es einen Islam ohne Islamismus? Wir haben fast 57 islamische Staaten weltweit. Wir haben auch hunderte von anderen islamischen Gemeinschaften, die in Europa und Nordamerika und Australien leben und nirgendwo ist das Islamismus frei. Das heißt, der Islamismus ist ein Bestandteil des Islams und gibt es in jedem islamischen Land und ist eine starke Gruppe. Vielleicht ist es die Minderheit in der Gesellschaft, aber die lautstarkste Minderheit, die aktivste Minderheit in der Gesellschaft und somit ist die Mehrheit für mich irrelevant, weil sie zu wenig dagegen tut. Und wenn es sie wirklich wütend macht, wenn Menschen den Islam so sehen, dann macht mich auch wütend, macht viele Menschen in diesem Land wütend. Ich glaube gar nicht, dass es eine Minderheit im Netz ist, die diese Position so sieht, sondern das ist über die Hälfte der Menschen in der Gesellschaft. Und sie haben die Nase gestrichen voll von dieser Verniedlichung des Islam in jeder Gelegenheit, Verharmlosung und unter den Teppich kehren. Es ist, der Islamismus ist kein Phänomen der letzten 100 Jahre. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anderes als was Mohammed und seine Gefährten im Ersten... Lassen Sie mich bitte ausreden, Sie haben fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich bitte. Ja? Ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung immer unterbrechen. Okay, bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten, in Sahel Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Sie... Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und Eben Mishak, Sie sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferung dem Koran widersprechen, haben Sie für mich keine Würdigkeit. Also im Koran steht... Sie sind nicht authentisch. Also im Koran... Sie stehen im Widerspruch zum Geist des Korans, deswegen nehme ich Sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47 und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthautet sie. Christen erhoben... Wir gucken da gerade ganz viel auf die Vergangenheit. Wir haben mich unterbrochen. Warum unterbrechen Sie mich, wenn Sie Frau Hübsch überhaupt nicht unterbrochen haben? Sie hat genug geredet. Nein, entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese Diskussion. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Und damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt, entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und diese Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte. Das steht im Koran. Es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die in Taubtuch von Ungläubigen werden zweimal im Koran genommen. Und sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräuftate begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. Ich stetisiere, dass man die Angst dieser Menschen immer als Islamophie bezeichnet. Denn Phobie ist eine Krankheit. Und diese Menschen sind nicht krank. Sie haben berechtigte Ängste. Wenn sie das sehen, was nicht nur in der islamischen Welt passiert, sondern hier in Deutschland, wenn sie sehen, was in Großbritannien passiert. Und diesen Leuten, sage ich eigentlich, wachsam bleiben, engagiert bleiben, ihre Kritik äußern, auch wenn die Politik das manchmal versucht, unter den Teppich zu kehren. Ich habe fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich bitte. Ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung immer unterbrechen. Okay, bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten, in Sahel Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Sie... Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und Ebun Mishak. Sie sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferungen dem Koran widersprechen, haben sie für mich keine Würdigkeit. Also im Koran steht... Nicht authentisch. Also im Koran... Sie stehen im Widerspruch zum Geist des Korans. Deswegen nehme ich sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47. Und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthautet sie. Christen erhoben... Wir gucken da gerade ganz viel auf die Vergangenheit. Wir haben mich unterbrochen. Warum unterbrechen Sie mich, wenn Sie Frau Hübsch überhaupt nicht unterbrochen haben? Sie hat genug geredet. Nein, Entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese... Erklären Sie uns, was hat der IS-Terror mit dem Islam zu tun? Das hat schon mit dem Islam etwas zu tun. Erstmal der Name, das heißt der Islamische Staat. Diese Bewegung beruft sich auf den Islam. Zitiert die Biografie des Propheten, der Art und Weise, wie der Prophet mit den Ungläubigen umgegangen war. Und sieht das alles Vorbild. Zitiert mehrere Passagen aus dem Koran, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen. Die Enthauptung von Ungläubigen wird auch zweimal im Koran erwähnt. Es ist die Ideologie, die der Traum, die IS-Leute versuchen, eine Gemeinde aufzubauen, nach dem Vorbild der ersten Gemeinde des Propheten. und kopiert eigentlich haargenau das, was im 7. Jahrhundert passiert ist. Eroberungskriege, Verteufelung von Andersgläubigen oder Ungläubigen und Enthauptung von Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Gibt es einen Islam ohne Islamismus? Wir haben fast 57 islamische Staaten weltweit. Wir haben auch hunderte von anderen islamischen Gemeinschaften, die in Europa und Nordamerika und Australien leben. Und nirgendwo ist das Islamismus frei. Das heißt, der Islamismus ist ein Bestandteil des Islams und gibt es in jedem islamischen Land und ist eine starke Gruppe. Vielleicht ist es die Minderheit in der Gesellschaft, aber die lautstarkste Minderheit, die aktivste Minderheit in der Gesellschaft und somit ist die Mehrheit für mich irrelevant, weil sie zu wenig dagegen tut. Und wenn es sie wirklich wütend macht, wenn Menschen den Islam so sehen, dann macht mich auch wütend, macht viele Menschen in diesem Land wütend. Ich glaube gar nicht, dass es eine Minderheit im Netz ist, die diese Position so sieht, sondern das ist über die Hälfte der Menschen in der Gesellschaft und sie haben die Nase gestrichen, voll von dieser Verniedlichung des Islam, in jeder Gelegenheit Verharmlosung und unter den Teppich kehren. Es ist, der Islamismus ist kein Phänomen der letzten 100 Jahre. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anderes, alles was Mohammed und seine Gefährten im ersten... Absolut falsch. Lassen Sie mich bitte ausreden, Sie haben eine Diskussion. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt, entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und die ISIS-Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte, das steht im Koran, es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Inthauptung von Ungläubigen werden zweimal im Koran genannt. Und sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräuptate begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich...